Bildschirmschoner zum Computerschutz festlegen Wenn Sie auf Ihrem Arbeitsplatz in der Pause von Ihrem PC aufstehen, um beispielsweise eine Kaffee- oder Raucherpause einzulegen, ist es ratsam, den PC zu sperren, damit Ihre Kollegen damit keinen Blödsinn anstellen können. Da man ja nicht immer an das Sperren des PCs denkt, gibt es eine einfache Methode, um dies automatisch geschehen zu lassen. Denn der Bildschirmschoner kann, wenn richtig eingestellt, auch dazu dienen, die Passwortabfrage zu erzwingen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Desktop und wählen Sie Anpassen. Öffnen Sie die Bildschirmschoner-Einstellungen, wählen Sie einen Bildschirmschoner Ihrer Wahl aus, geben Sie eine Wartezeit an und aktivieren Sie das Häkchen bei Anmeldeseite bei Reaktivierung. Sobald nun der Bildschirmschoner aktiv wird, ist Ihr Computer mit dem Passwort geschützt und wird erst wieder aktiv, wenn das richtige Passwort eingegeben wurde.